Ja, hallo, willkommen zu euch zum nächsten Trailer heute am 19.02.2023. Die heutige Predigt von Jakob Czarnke ist auch schon mittlerweile hochgeladen, auch getrailert. Ich habe mich für dieses Bildchen hier entschieden. Video auch jetzt wieder ein bisschen länger, aber die ersten 20, 22 Minuten, ja, da habe ich mir nochmal Gedanken gemacht und nochmal versucht aufzuzeigen, warum und wo ich schon bisher war und umgezogen bin und was die Gründe dafür, welche Gründe dafür den Ausschlag gegeben haben, weil im Gespräch mit der Diana, die hat man gesagt, naja, das ist ja jetzt doch schon relativ oft, wo du umgezogen bist. Das könnt ihr dann aber auch gerne, wenn es euch langweilt, kurz durchziehen, natürlich auch gerne ganz angucken, muss aber jetzt nicht sein, nur, dass ihr da eine gewisse Vorwarnung habt. Restprogramm gibt es natürlich auch, wie immer, bei Hauptfilm, VK, Bitschut, Odyssee oder Rambl. Ja, und dann vielleicht bis gleich. Tschüss! Ja, und dann geht's. Ja, und dann geht's.